Peloton ist weitaus mehr als das Bike und Radfahren. Peloton Digital ist ein Service mit vielen Sportarten und die zeige ich in diesem Video. Peloton Digital ist der Service vom Peloton. Und meistens, wenn man vom Peloton redet, denkt man immer, es ist das Bike. Aber der Service, den kann man auch zum Beispiel ohne das Bike abonnieren. Dann ist er ein bisschen günstiger. Aber wenn man das Bike hat, hat man ihn sowieso. Und er bietet halt mehrere Sportarten. Selbst wenn ich auf dem Bike bin, ins Menü gehe und oben Boden auswähle, dann habe ich schon da mehr Möglichkeiten. Ich kann Krafttraining machen, ich kann Stretching machen, ich kann Yoga machen, ich kann Meditation machen und ich kann Cardio machen. Und all das bietet mir Peloton eigentlich auch überall. In den verschiedenen Apps und auch im Browser. Wenn ich in Amerika die Webseite von Peloton aufrufe, da verkaufen sie übrigens auch noch ein Laufband, dann sehe ich auch schon beim Zubehör. Die haben weitaus mehr als das, was wir bislang in Deutschland haben. Ich denke, da kommt bestimmt noch was. Und ich habe mir einmal aus Amerika einfach ein bisschen Yoga-Zubehör bestellt. Und zwar habe ich mir zwei von diesen Yoga-Blöcken bestellt. Und so ein Yoga-Strap, weil ich ein bisschen mit Yoga ausprobieren wollte. Ist natürlich dann alles schön Peloton gebrandet. Schwarz und Rot finde ich persönlich geil. Sind auch meine Farben. Da tut es natürlich auch jeder andere Yoga-Blog, den man auf Amazon bekommt. Aber es gibt wirklich Zubehör, weil die eben mehr bieten können. Und das Schöne ist, die bieten mir das überall an. Zum Beispiel mein Telefon. Das habe ich eh immer dabei. Und wenn ich auf Reisen bin, dann kann ich mit dem Telefon auch zum Beispiel Meditation machen. Ich meine, ich kann auch alles andere damit machen. Aber durch den kleinen Bildschirm wird es eventuell schwieriger. Geht aber auch. Ich brauche eigentlich nur einen Boden und eventuell ein paar Hilfsmittel. Aber Meditation geht zum Beispiel komplett ohne Hilfsmittel. Eine andere Frage, die kam. Was ist denn, wenn ich hier Training machen möchte und zum Beispiel kein Apple-TV habe? Ich habe in meinem letzten Video ja gezeigt, dass man auf dem Apple-TV auch alles abrufen kann. Und dann legt man sich praktischerweise eine Yoga-Matte direkt vor den großen Bildschirmen und macht da seine Übungen. Ja, was ist, wenn ich eben kein Apple-TV habe? Ja, zum Beispiel ein iPad. Da gibt es eine App für. Das geht auch perfekt. Und wenn ich mir dann auf dem iPad mit einem Ständer die App vor die Matte stelle, dann ist das für mich sogar noch weitaus besser als mit dem Apple-TV, weil ich da immer hochgucken muss. Und wenn ich mir mein iPad direkt vor mich hinstelle, dann habe ich vielleicht viel besser die Interaktion mit dem Trainer, dass das gut funktioniert. Und ja, nicht jeder hat ein iPad. Das Schöne ist, das geht dann überall. Und das bedeutet, ich kann halt auch meinen Laptop nehmen, jeden Browser und dann klappe ich mir den Laptop vor der Matte auf, vom Fernseher oder auch im Hotelzimmer, wo ich immer möchte und kann dann die Bodenübungen ganz einfach machen. Also das Gute ist, man ist nicht abhängig von dem starren Fahrrad. Man kann überall Sport machen, wo man möchte. Und auch das ist für mich auch wirklich ein Mehrwert, warum ich mich dann entschieden habe, mir das Pelton Bike zu holen, aber halt auch komplett den Dienst drumherum nutze. Und das ist für mich auch wirklich ein Mehrwert, das ist für mich auch wirklich ein Mehrwert. Und das ist für mich auch wirklich ein Mehrwert.